Hallihallo und Willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins. Wir haben gerade den Tatort untersucht in den Lazy Towers und Tja, dabei hat sich ergeben, dass das Opfer scheinbar nicht Black Mask sein muss, also kann sein, muss aber nicht sein und der Pinguin nicht der Schütze sein kann und irgendein Typ namens der Joker wohl dahinter steckt. Jetzt müssen wir uns in das GCPD-Hauptquartier begeben und uns in den Server hacken um die DNA-Spuren zu vergleichen mit der nationalen Datenbank der Verbrecher oder so. Wundert mich ein bisschen, dass wir da jetzt nicht schon Zugriff drauf haben. Aber ist ja noch alles am Anfang, wo kommst du denn her? Und wie bist du auf den Zoom gekommen? Draußen ist doch nur ein Balkon. Jetzt habe ich dem gar nicht zuhört. Der wollte uns bestimmt einfach nur sagen, wie er hochkommen ist. Denn wenn wir uns, wenn ich dem ausübe, das einfach mal ganz kurz, warte. Ich zeig das mal, wie das da draußen aussieht. So sieht das nämlich aus. Also er könnte hier hochkommen sein und dann ist hier ein Generator. Generator und das war es dann aber auch. Also wie zur Hölle ist der Typ mit seinem Schild hier hochgekommen? Das frage ich mich jetzt tatsächlich. Wie ist der hier hochkommen? Kurios. So, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall. Ja. Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall. Hier ist immer noch das Enigma-Hauptquartier. Da müssen wir uns auch noch drum kümmern. So, ein letzter Grelais. Wir müssen uns auf jeden Fall jetzt in das GCPD-Hauptquartier begeben. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo ist denn das lieber Quartier hier? Weiß es gerade nicht. Hol den Erschütterungszünder aus der Betthöhle. Ach so, wir müssen in die Betthöhle. Ja, das habe ich ja komplett vergessen. Weil ich habe nämlich eine kurze Pause zu gemacht zwischen der jetzigen und der letzten Aufnahme. Und ich glaube, ich habe auch die Folgen da dann falsch benannt oder so. Muss ich mal kurz gucken. Ich glaube nicht, dass uns das wirklich interessiert. So, was war das denn? Ich schreibe mir das nämlich immer auf, welche Folge ich gerade aufnehme, damit ich dann nicht durcheinander komme nachher beim Benennen. Manchmal mache ich aber einen Fehler und vergesse, dass ich gerade eine Folge aufgenommen habe, beziehungsweise eine neue Aufnahme begonnen habe. Was echt komisches. Ähm. Auf dem Schreibtisch liegt der Concussion-Detonator, der Erschütterungs-Detonator. Wir reden aber vorher nochmal kurz mit Alfred. Alfred, Alfred. Sir, ein Moment of your time. What do you want? There's something about this Enigma fellow that doesn't sit right with me. Unfettered access to resources, an extensive network spread across the city. Whoever he is, the man has connections and capital. We can use that to our advantage. If he's buying things in bulk or using lots of power, we could track him. Perhaps, but he's also clearly a technical wizard. He's likely covered his tracks. Keep searching. You only have to slip up once to give us an opening. Certainness, sir. Anything to report? Nothing you don't already know, sir. Erschütterungs-Detonator. Erschütterungs-Detonator. Das sind Geschosse oder was? Kapseln explodieren oder so. Gummigeschosse vielleicht, die sich daran befinden in den Kapseln. Da hinten ist, glaube ich, die... Genau, die Trainings-Ausforderung, die Trainingsanlage, da gehen wir kurz mal hin und gucken, testen den Erschütterungs... 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 ...Detonator. Das ist ein seltsamer Name, Erschütterungs-Detonator. Charakter auswählen. Batman, was... Wie ein Charakter? Rang? Nee, Kampagne. Ich habe hier schon mal ein bisschen gemacht, um mich in den Schwierigkeitsgrad zu gewöhnen. Offscreen natürlich. Niederschlag-Espert. Umhang, Beute, Betäubung, Schlag, Panzer der Gegner. Einfach mal ein bisschen Training machen. Vielleicht hilft uns das. Vielleicht macht uns das ein bisschen stärker. Kann ja nie schaden. Umhang, Betäubung. Drücke und betäube bis zu drei Gegner vor Batman. Die Umhang, Betäubung hilft bei Gruppenkämpfen. Da mehrere Gegner für eine kurze Zeit betäubt werden können. Betäubt zwei Gegner mit einer Umhangbetäubung. Ein Betäubungsschlag. Führe einen Betäubungsschlag aus. Nehmt nur einen Gegner nach einer Umhangbetäubung mehrere Schläge versetzt. Das kennen wir auch schon. Und gepanzerte Gegner wehren normale Schläge ab. Wodurch der Kombuzelle zurückgesetzt wird. Benutze den Betäubungsschlag, um sie auszuschalten. Führe einen vollständigen Betäubungsschlag gegen einen gepanzerten Gegner aus. Das haben wir alles schon mal gemacht. Aber wir machen es ja trotzdem nochmal. Das machen wir die ganze Zeit schon im Kämpfen. Also, zwei Gegner gleichzeitig. Ach, komm. Ich muss das mal in Ruhe lassen hier. Moment, was war was? Führe drei Betäubungsschläge aus. Ah, okay. Und das war... Da haben wir alles erledigt. So, irgendwie war mein Mikro grad schief. Musste ich mal kurz ausjustieren. Dann sind wir hier fertig mit dem Training und können zurück nach Gotham. Beziehungsweise nach Old Gotham. Weil man sieht hier im Hintergrund immer diese riesige Stadt. Da kommen wir ja gar nicht hin. Und ich nehme einfach mal an, dass es Alt Gotham ist, wo wir sind. Also wo wir hin können. Stufenaufstieg gibt es natürlich auch noch. Nachkampfverbesserung. Erschütterungszünder. Ach, Erschütterungszünder, nicht Erschütterungsdetonator. Okay. Nicht tödlich... Ich glaube, ich müsste mir mal eine Facecam aufstellen, weil immer wenn ich ins Mikro rede und nichts auf dem Monitor mache, dann gucke ich zu meinem Notebook hin. Das hier neben meinem Monitor steht, auf dem das Spiel läuft. Ganz komisch. Erschütterungszünder, nötliche Sprengmunition, die zur Eindämmung von Massenunruhen entwickelt wurde, blendet und verwirrt jeden innerhalb des Explosionsradius. Moment, ich... So. Ich habe mal mein Mikro kurz ein bisschen anders hin bewegt. Vielleicht rede ich dann besser rein. Ich glaube, ich rede sowieso gut rein, aber ist ja egal. Erschütterungszünder, Betäubungsdauer. So, die Wirkung des Erschütterungszünders ist verstärkt, um die Erholungszeit der Gegner zu verlangsamen. Aha. Mhm. Ja, das ist alles sehr schön und so, aber wir holen uns eine kugelsichere Panzerung, weil ich habe das Gefühl, die Polizisten in der Polizeistation haben Waffen. Schnellreise machen wir natürlich. Und zwar... Wohin? Hm... Ich weiß es nicht so genau. Ich würde mal sagen... Da sind die Lazy Towers. Da ist Enigmas Hauptquartier. Da ist Blackgate. Ja? Blackgate-Gefängnis. Also man fährt hier durch und dann kommt man da bei Blackgate an. Da ist der Diamantendistrikt. Da hinten... Ach ja, genau, da ist es ja. In Burnley ist... Greife auf die GCPD-Server. So, da ist das Hauptquartier. Ich habe gerade das Hauptquartier von der Polizei gesucht. Dann würde ich sagen, machen wir Schnellreise hierhin. Und dann gehen wir hierhin und... Also hierhin, Funkturm Burnley. Und schalten den Funkturm zur Schnellreise frei. Und dann gehen wir ins... Ins Gefängnis. Äh, Quatsch, nicht ins Gefängnis. Ins Polizeihoffquartier. Und versuchen da irgendwie... Meine Güte, ist das laut. Versuchen da... Polizisten im Server zu erkennen. Wir haben schon wieder einen Stufenaufstieg. Das geht ja hier Ratz-Wachs. Ratz-Watz. Der hat es gar nicht gespeichert. Oh, Moment. Wir müssen nicht da lang. Wir müssen... Wir wollten ja. Wir wollten hierhin. Da ist der Funkturm. GCR. Gotham City Radio nehme ich an. Ui... 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 So, Gleittritt. Den müssen wir auch noch verbessern. So, auf den Boden ausschalten. Der will gekontert werden. Ja, du bist auch nicht gerade der netteste Gesprächspartner. So, hier ist die Tür liegen. Machen wir kurz auf. Komm. Ich finde, das wird sich immer noch sein, als ob ich Verstopfungen hätte. Ich finde, wir haben unsere Spaß gemacht. Aber dieses Endeavor hat sich sehr schwer gemacht. Äh... Gemmop. Verbinden. Bellcomputer nicht verfügbar. So eine Scheiße. Da unten ist ein Datenbetreuer. All Units. Wenn Sie 10-10 sind, bitte reporten Sie. Aus dem Potential Assign. Das ist wieder ein Verbrechen im Gange. Wir... Kümmern uns aber erst mal um den Datenbetreuer. Ich habe so das Gefühl, der weiß, wo die Jammer sind. Und wenn nicht, dann... Dann eben nicht. Ja, na, du. Die meisten Leute sind in der Branche. Ich verstehe gerade die Logik hinter denen. Taten der Verbrecher nicht. Die sehen, dass ein paar Typen verprügelt werden. Aber also... Sagen sie... Ah, bekämpfen sie gerade die Fledermaus. Und... Rennen hin. Um auch verprügelt zu werden, oder wie. Oder denken die tatsächlich, sie hätten eine Chance gegen uns. Müssen sie ja. Sonst würden sie ja nicht gegen uns kämpfen, oder? Ich habe richtig mitleid mit denen. Das ist immer so seltsam, wenn man die auf dem Boden erledigt. Das ist immer so seltsam, wenn man die auf dem Boden erledigt. Das ist immer so seltsam. Das ist immer so seltsam. Das ist immer so seltsam. Ich muss eine neue Liste von Arbeit finden. Das ist immer so seltsam. Okay. Können wir da rein? Von da aus vielleicht irgendwie da reingleiten? Nö. Komisch. Komisch. Da unten ist aber bestimmt der Jammer drin. Ja, ist er. Huch. Da wollte ich die gar nicht hin, aber okay. Ich kann denen nie die Messer wegnehmen, das nervt irgendwie. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Oh, die fette Typennerven. Ich kann denen nicht einfach rumhauen. Da müssen wir mal einen Betäubungsplug machen. Oh, fuck. Wir sterben hier. Und weg. Wir müssen die aber links erledigen. Ist ja schon klar, oder? Und weg. Wenn wir die nicht erledigen, dann hätten wir keine Erfahrungspunkte. Wir brauchen Erfahrungspunkte, um... Looks like justice has finally been served, fellas. Now, to see what's under that mask. Wir müssen uns taktisch zurückziehen, einen taktischen Positionswechsel durchführen und dann wieder reingehen. Aber das Ding können wir offensichtlich nicht hacken. Jetzt haben wir eine ganze Folge damit verbracht, das Ding für sich zu Versuchungswecken und natürlich den Erschütterungs... Äh... Erschütterungs... 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 Den Erschütterungszünder zu holen und sind gar nicht zum Hauptquartier gekommen. Jetzt sage ich viel zu oft, äh, fällt mir gerade auf. Da muss ich mich nicht aufhören. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir uns dann zum GCPD-Hauptquartier begeben, versprochen. Bis dahin, tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017